Herzlich willkommen zu einem neuen Reaction hier auf dem Kanal. Heute schauen wir uns mal den Reveal Trailer von Avowed an, dem ersten First-Person-RPG von Obsidian Entertainment, einem amerikanischen Entwicklerstudio, welches durchaus bekannt ist von Outer Worlds 1 und 2 oder auch Grounded und wird wohl ein bisschen so ein Skyrim-Konkurrent sein, könnte man sagen. Sieht zumindest so aus und da wir ja wissen, dass Skyrim noch ein paar Jahre von der Veröffentlichung weg ist, wird das sicherlich interessant. Schauen wir uns den Trailer ganz kurz mal an. Der ist gerade mal nur 1 Minute 20 lang. Aber ja, let's go! Ja noch ganz kurz bevor wir hier mit dem Video starten. Soweit ich weiss, ist das hier der einzige Trailer, der von Avowed existiert. Ich habe zwar auf YouTube ein paar Videos gefunden, die angeblich Gameplay zeigen sollen, aber da habe ich jetzt keinen exklusiven Trailer dazu gefunden. Von daher analysieren wir das Ganze anhand von diesem Trailer hier. Und ja, wir starten einfach mal. Das Spiel wird übrigens für Xbox S und X und auch den Gamepass PC veröffentlicht. Und das Setting finde ich natürlich sehr interessant, so mittelaltermässig. Wie gesagt, das Spiel wird sich nicht interessant sein, als Konkurrenzprodukt. Das englische Englisch macht natürlich das Ganze wieder ein bisschen nicer finde ich. Aber es sieht sehr interessant aus. Auch hier mit dem Schwert die ganzen Zeichen darauf. Wahrscheinlich ist das irgendwie verzaubert. Es wird wohl um Kronen gehen, also wahrscheinlich irgendwie um den Kampf um das Königreich, schätze ich jetzt mal. Ja, mehr gibt es hier leider gar nicht dazu, aber es sieht sehr interessant aus, wenn es in Richtung Skyrim gehen wird oder gehen soll. Ähm, ist das sicherlich ein grosser Konkurrenz dazu, wenn es auch gut wird. Aber da ja Skyrim mittlerweile über zehn Jahre alt ist, kann das schnell mal besser werden. Wenn es dann wirklich so ein Third-Person-RPG-Mittelalter... Ja, Schwertkampf, Bogenschießen, Magie... Die könnte gut werden, finde ich sehr interessant. Halte ich mal sicherlich im Hinterkopf und ähm... Möglicherweise sehen wir uns beim anderen Trailer von Avalf wieder, oder auch nicht. Mal schauen. Aber... Vorerst vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei einem anderen Video. Haut rein! Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.